Yeah, 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 yeah. Ich bin Jimmy. Lulu. Ich mach mir große Sorgen, weil dieser Neger hier draußen noch irgendwo rumläuft. Mein Gott. Du hast jeden Tag schöner. Woher kommst du eigentlich? Aus Amerika. Halt die Fresse, du Arsch. Ich liebe Amerika. Ich dachte, ich besorge uns die Schiffspassage nach Amerika. Ich weiß nur eins. Ich liebe dich mehr als alles auf der Welt. Sie wissen doch, was ein Kühlschrank ist. Du bringst dir mir doch bestimmt Fehler, oder? Na, mein Kind? Kannst deinem Schicksal danken, dass du mich zur Mutter hast? Bleib ruhig! Lalo! Was habt ihr beiden Turtel-Täubchen denn heute Abend? Wo? Ich hab Karten fürs Autokino. Hallo Ernst. Hallo Lulu. Hast du das für einen Geschlechtsverkehr mit ihnen gehabt? Du bist komplett verrückt und du mich hier so zu blamieren. Hast du dir überlegt, was das für Konsequenzen hat, wenn wir uns nicht mehr sehen? Nehmann, passt sie an. Mein Gott, ist das schön hier. Hilfe! 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 Guten Tag, liebe Frau. Irgendwann wird deine Trotzphase schon vorbeigehen. Und dann wirst du die wunderbarste Frau in ganz Schweinfurt sein. Hilfe! Hilfe!